Das ist Quatsch, aber was habt ihr so Kinder dort Sachen? Und das hier auch mit dem Handy verbunden, oder wie? Oh, da, 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 da. Was ist es? Moin Leute, willkommen zu einem erneuten Video bei Lucro. Heute wird mal wieder gesondelt an der Ostsee, in Bürgerende. Mit dabei, mein Cousin, Florian. Viel Spaß mit dem Video. Wir gehen jetzt hier einmal, hier standen wohl so Buden. Da gehen wir jetzt einmal rum. Ja, wenn man zu nahe da drankommt, dann piept das auch, weil da sind so Eisendinger drin. Was? Ich weiß nicht, war es das schon? Egal, geh erstmal weiter. Aha. Hatte ich Hummer kurz das Zeug. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. So. Okay, okay, okay. Hier könnten auch Steine sein. Aber ich glaube, es lag... Ist das schon? Nee, das ist ein Stein. Dann müssen wir den Pinpointer nehmen. Oha, ist genau hier vorne. Hört man das? Oh, da, 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 da. Was ist es? Oh, der erste Pfund gleich zwei Euro. Das fängt ja schon mal gut an. Dann gehen wir mal weiter. Ja, aber hier um die Bude scheint ganz gut zu sein. Hier habe ich eine Tüte rumgemacht, falls es regnet, aber es sieht gut aus. Da haben wir gerade gebuddelt und genau daneben ist noch was. Guck nochmal. Wer weiß... Oh, nee, ich glaube, da ist es schon ein Kronkorken. Guck nochmal nach. Nee, das war's. Okay, den Müll packen wir hier rein. Eine Ewigkeit später. Schon wieder? Mach nochmal kurz. Ich glaube, ich glaube, ich habe es schon gesehen. Zack. Noch ein Kronkorken. Die findet man hier sehr oft. Hier haben wir jetzt so ein komisches Geräusch. Ja, wo es geht, hört sich irgendwie tief an, aber... Wo war das jetzt hier, ne? Doch, ich glaube, hier. Mach nochmal. Ah, ja. Ah, ja, ja, wir gucken mal. Ah, hier. Aber... Das hat sich irgendwie komisch angehört, dieses... Oh, hier sind sehr viele Steine. Sehr, sehr viele. Ja. Geh nochmal rüber, aber ich glaube, das war's. Nee, sieht gut aus. Okay. Okay. Bisher erster, erster Pfund gleich 2 Euro. Und danach erst mal 3 Kronkorken. Ah, wir kommen näher. Umso schneller der piept, umso näher ist er an diesem Pfund-Dings dran. Boah, es ist genau... Ah, da, ich sehe es. Ein Nagel, oder? Ja, sieht aus wie ein Nagel. Ah, das ist aber... Boah, das ist aber ein... Ein Johnny. Aber der liegt ja wohl schon ein bisschen länger. Okay, also für Geld brauchen wir wahrscheinlich nicht so tief graben. Weil... Das wird nix. So, nächster Pfund. Hier piept es wieder. Es war nicht weit von der anderen Stelle eben entfernt. Also hoffentlich ist es nicht schon wieder ein Nagel. Nehmen bei, wir sind heute Morgen extra früh aufgestanden, weil sonst dieser Strand hier so voll ist mit Urlaubern und so. Und da kann man nicht so gut sondeln, weil dann stehen da alle rum oder fragen andauernd, was wir schon gefunden haben. Deswegen ist heute echt gut. Was ist es? Sieht aus wieder wie ein Nagel, ne? Ja. Aber auch schon älter. Müll nehmen wir mit. Und die Löcher machen wir auch wieder zu. Perfekt. Nächstes Signal. Gucken wir nochmal rein. Ich habe hier drüber was geklebt, damit dieser Dreck hier nicht reinfällt. Ah. Wir kommen näher. Da ist es. Das ist Schraubchen. Wieder eine Schraube, aber diesmal eine bessere. Die war nicht so vergammelt. So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir hier mal vorankommen. Ob ich. Hast du schon? Was ist das? Sieht aus wie vom Reißverschluss oder so. Ja. Na was. Na ja. Zack. Mein Sön will nämlich auch so ein Ding haben. Und ich habe immer gesagt, das ist Quatsch. Aber was habt ihr so? Findet dort Sachen? Einfach auch. Aber habt ihr neu? Ne, ist schon etwas älter. Müll hier. Ah, Müll. Ganz viel. Wenn mein Sohn will auch so ein Ding haben, habe ich gesagt, das ist ein Quatsch. Nö, das ist jetzt ein etwas billigeres. Ja. Aber das funktioniert auch top. Okay. Bei Erde ist es ein bisschen schwieriger, aber so Sand und so. Und das ist hier auch mit dem Handy verbunden oder wie? Nee, das haben wir jetzt hier gerade nur aufgenommen. Ach so. Damit wir uns nochmal angucken können. Genau. Also alles Metall, aber Geld. Und wie tief ist das? Wie tief trägt es an? Kann man hier auch verschiedene Stufen einstellen. Ach das geht auch. Aber das, der nimmt jetzt hier, wenn ich, 10, 20 Zentimeter. Ach doch. Aber für Geld oder je nachdem, was man hier sucht, reicht es komplett. Weil tiefer, tiefer liegt das nicht. Ja. Okay. Ne, mal sehen. Bleib noch ein bisschen. Alles klar. Danke. Jo. Junge, Junge, Junge. Wir sind keinen Meter gegangen. Aber das meinte ich eben, dass viele Leute, das war jetzt schon die zweite Person, dass man sehr oft angesprochen wird. Ich weiß nicht, ob die das alle nicht kennen. Guck mal nach. Schon draußen. Oh ja. Da muss es irgendwo. Das ist ein Stein. Oh, ich glaube. Ja. Ein Cent. Oder ein... Was ist das? Zwei. Zwei Cent. Zwei Euro zwei haben wir jetzt gefunden. Das war der erste Teil vom Sondeln. Der zweite Teil kommt bald. Deswegen abonniert. Gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da ist es, was wir tun.